Die Welt blickte gestern Abend via Fernsehen in die Wiener Staatsoper. Dort wurden bei einer Gala die World Sports Awards für die Sportler des Jahrhunderts verliehen. In elf Sparten werden die Auszeichnungen vergeben. Der Höhepunkt aus österreichischer Sicht, Annemarie Moser-Proll, wird von der Jury zur Wintersportlerin des Jahrhunderts gewählt. Unvorstellbar, dass ich sowas in Österreich erleben werde. Das war's.